Du dann, in der alten Heimat zwei Tore geschossen und dann zwei so wichtige. Wie war das Spiel für euch heute? Ja, für mich war gut das Spiel. Aber dann habe ich im Strafe gesessen und wieder Tore gekriegt. Aber Hauptsache, es sind drei Punkte. Ich hoffe, das geht so weiter. Ich habe dich noch nie Tore so feiern sehen, wie du sie heute gefeiert hast. Du hast dich über deine Strafe sehr geärgert, habe ich gesehen, den hohen Stock. War das so ein bisschen Genugtuung, diese beiden Tore, die du gemacht hast für dich? Sicher, das waren die zwei Tore. Das habe ich gegessen in der Straubank. Das ist immer so wichtig. Wie viel Selbstvertrauen nehmt ihr aus dem Spiel heute mit, dass man so ein Spiel gewonnen hat? Weil es war ja wirklich Kampf pur. Ja, ich sage immer, drei Punkte sind wichtig für uns, für unsere Mannschaft. Wir haben gut gespielt, aber die gegnerische Mannschaft war auch nicht schlecht heute. Ja. Und ja, der Schiedsrichter war, glaube ich, der war ein bisschen Regeneranz. Aber ja, trotzdem gewonnen. Wie sind die Aussichten für Dienstag? Seid ihr jetzt zuversichtlich nach dem Sieg heute? Ja, ich hoffe, dass wir am Dienstag auch das Spiel gewinnen und holen wir drei Punkte und gehen weiter. Alles klar, vielen Dank. Danke. Vielen Dank.